Jo, liebe Freunde, was geht ab? Was ist das denn bitte für ein billig produziertes Video? Blauer Rahmen? Scheiß Kameraqualität? Was soll das? Bitte nicht böse sein, liebe Freunde. Ich bin momentan ziemlich, ziemlich viel beschäftigt, habe saumäßig viele Projekte am Laufen und muss jetzt wirklich einen Tag nach, ich weiß, 150 Tagen, mal so ein Video rausbringen. Ich möchte euch heute ein bisschen mal erzählen, was so in nächster Zeit hier auf diesem Kanal abgeht, ja, besonders in Bezug darauf von Kooperation und Pre-Season. Ja, das Spiel League of Legends, das kennt ihr ja wahrscheinlich alle, das wird ja immer und immer und immer wieder von Riot verändert, mit der Pre-Season, falls ihr es noch nicht wisst, wahrscheinlich aber schon, kommen saumäßig viele Neuerungen schafften. Ich werde mich die nächsten ein, zwei Wochen wirklich darum kümmern, jede dieser Neuerungen schafften, mal etwas genau unter die Lupe zu nehmen. Das hat angefangen schon bei dem neuen Champion Select für Ranked-Spiele, könnt ihr auch im Video hier sehen, sehr, sehr interessant. Das geht weiter über ADC-Changes, ja, die ADCs, die werden komplett ummodelliert, da freue ich mich schon mega drauf, denn die einen relativ großen Impact auf die nächste Season haben werden. Im Jungle kommt ein neues Monster hin, da wird sich aber auch wahrscheinlich noch einiges ändern und, 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 und. Ähm, angefangen habe ich das Ganze schon, wie gesagt, mit der neuen Champion Select, äh, Video seht ihr auf dem Kanal, selbstverständlich. Am Mittwoch, zum Anfang der Pre-Season und Ende Season 5, also Leute, wenn ihr noch nicht Gold seid, und, oder, was weiß ich für eine Division, und ihr noch da hin wollt, ihr habt noch, äh, einen Tag Zeit, oder eineinhalb Tage, je nachdem, wann ihr das seht. Ähm, angefangen mit der Pre-Season, äh, werde ich herausbringen, die Patch Notes, wie gewohnt, wo ich so alle wichtigsten Änderungen im Groben umschreibe, also auf jeden Fall, äh, Dienstagabend oder Mittwochabend, je nachdem, äh, wann ich das fertig habe, vorbeischauen, denn dann geht's saumäßig zur Sache, und das wird, äh, die meisten von euch interessieren. Dann kommt bald ein Abonnentenspecial, ich komme einfach nicht mehr dazu, weil ich so viel zu tun habe, äh, wo ich dann endlich mal die Sachen, die da hinten noch liegen, vom 3000 Abonnentenspecial, die ich mal gesprochen habe, so große Boxen, ja, äh, verteilen werde an euch. Da habe ich ja saumäßig viele 150 Kommentare bekommen, und da bin ich mal gespannt, an wen die so gehen. Äh, außerdem stehen an Kooperationen mit, äh, Just Johnny, den versuche ich mir heranzuziehen, und einige andere, die noch so im Groben hängen, zum einen sogar noch, was ich definitiv sagen kann, kommen ein, zwei Montages von richtig, richtig geilen Champions, mit richtig, richtig geilen Remixen. Die Remixes, Remixen, Remixes, auf jeden Fall, die, äh, kommen von einem anderen Kanal, ähm, das werdet ihr dann aber sehen, ein kleinerer Kanal, den ich letztens entdeckt habe, der wirklich 1a Musik macht, und ich bin mir da sicher, dass die Remix-Geschichten saumäßig, ähm, Spaß machen werden. Hoffentlich auch euch. Ich bin ja immer dabei, noch was Neues auszuprobieren, um euch ein bisschen besser zu unterhalten. Äh, auch die bestehenden Formate bleiben natürlich, besonders Top 5, League of Losers, ne, Gameplays, Patchnotes, Spotlights, und so weiter. Schreibt mir mal am besten in die Kommentare, was ihr euch so am liebsten wünscht, oder was ihr bisher auch am liebsten gesehen habt. So, verzeiht mir nochmal diese grottige Qualität. Ich entschuldige mich und gehe mich jetzt auspeitschen, oder lasse mich auspeitschen, je nachdem, und wünsche euch noch einen, äh, ganz geschmeidigen, äh, Montag. Start in die Woche, bis dahin, euer Buddy. Tschüss! Ach ja, abonnieren, favorisieren, masturbieren, jonglieren. Wenn ihr jongliert, schickt mein Video. Ich bin gespannt. Ciao.